Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Raccoon Whitelands. Wir sind gerade Schmuggelabteilung. Das ist glaube ich die Idee, von der wir das letzte Zeitungsartikel in der letzten Runde quasi gefunden haben. Ja, wir haben einen Nebenauftrag und zwar den Konvoi mit chemischen Grundstoffen. Zerstören, also zerstören ist easy, aber Kappern ist schwer. Also deswegen ein großer Konvoi. Oder ein langer Konvoi. Schauen wir mal. Der greift zur Waffe, er hat den Schuss gehört. Was war das? Ein Kartelltruck lebt da. War doch ein hübsches Feuerwerk, dann sind wir wohl fertig. Ich will den aber komplett zerstören. Schnell bevor das Ding hochgeht. Hm. Okay. Ähm, ja stimmt die haben hier Raketen. Tja, das war easy. Das war für den. Gut. Auf jeden Fall haben wir die, ähm, den Auftrag schon mal erreicht. Und, äh, jetzt sind wir gerade da. Moment. So. Ich musste nur kurz was trinken. So. Also. Man munkelt, dass Ucho in Liberdatz einer der besten Chemiker des Kartells ist. Einer der besten. Okay. Seine Identität ist noch unbekannt. Aber wir haben vor kurzem erfahren, wo er wohnt. Die Durchs- Ups. Äh, ähm. Ah. Die Durchsuchung des Hauses könnte uns einen Hinweis auf seine Identität geben. Okay. Äh. 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 Halten. Die Kurzverlieferung nach. Äh. Das ist offen. Bla bla bla. Okay. Ähm. Genau. Das ist die alte Quest noch. Dann würde ich sagen, gehen wir hier hin. Ich habe ein Primärziel für Sie. Ein riesiges verstecktes Lager mit Kokain-Grundstoffen in Libertat. Zerstören Sie es. Genau. Äh. Weil hier sind wir sowieso gleich. Und vielleicht können wir hier mal wieder ein bisschen Snipern. Nein. Doch. Ist gut. Ach, das ist schon. Da ist einer. Feind markiert. Hab noch einen Tango. Wow. Er hat den markiert, den ich nicht gesehen habe. Tango Nummer 3. Runter. Die werden dich sehen. Er wird mich sehen. Ja. Ist ein Scharfschützer. Äh. Ein Scharfschützer. Ein Scharfschützer. Okay. Es ist alles gut. Sind auch zwei? Dann, dann nehme ich halt. Das ist wie ein Glas. Geht wohl nicht. Geh in Position. Ne. Äh. Dann nehme ich halt die Drohne. Ja. Die Drohne ist oben. Ich sehe gar nichts. Meine Drohne wird gestört. Ja. Du könntest ja auch mal einen Färtenklaß nehmen. Mit dem sind's fünf. Ich hol mir mal den da. Hm. Ist wahrscheinlich auf der anderen Seite, oder? Wer kommt da? Ah. Die Rebellen. Ja. Okay. Die fahren hier einfach so rum. Ah. Interessant. Das macht natürlich Sinn. Und jetzt machen sie eine 180-Grad-Wende. Hier ist Ziel Nummer 5. Alles gut, alles gut. Alles gut. Ist da oben jemand? Ne. So. Wird schon langsam dunkel. Das kommt uns... Ich sehe einen Narko. Sieh dir den Parkplatz an. Ähm. Das kommt uns natürlich zugute. Und natürlich wissen sie, äh, woher die Schlüsse kamen. Ja, okay. Jo. Schweres Kartell-MG. Dicht beim Parkplatz. Jo. Schwer. Ablenkungsköder. Ah, hinten sind welche. Hm. Bitt er mit dem Auto. Ja. Ja. Aber ein drittes Ziel. Das macht fünf. Die haben Alarm eingerichtet. Hm. Soviel zum Alarm. Es wird keine Verstärkung kommen. Hier sind ein paar Sikarios. Sag mir wo. Beim Parkplatz. Ich muss nochmal schauen. Ich sehe das Chemielager. Könnte chemische Grundstoffe enthalten. Wir müssen es zerstören und dann nehmen wir die anderen Verstecke hoch. Okay. Wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Oh, wieso spawnen die jetzt wieder? Den hab ich... Hä? So ein Quatsch, man. Junge, Junge. Das war jetzt wirklich schwach. Aber zum Glück haben die keine Alarmung geschlagen, sonst wäre ich ein bisschen angepisst gewesen. Ein bisschen sehr. Das war jetzt. Das war jetzt. Das war jetzt. Da ist ein Sicario. Um den Parkplatz herum. Der Tango weiß, dass was faul ist. Das war jetzt. Das war jetzt. Was machen wir, Boss? Los, Feuer! Ja. Okay. Ich schieße auf die Asche. 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 Das war jetzt nicht so gut. Verdammt, das war knapp. Nein, das war einfach bitte. Oh, schöne Scheiße, die sehen uns. Garnater fliegt, nimm das. Schön, durchs Auto. Durchs Auto und da ist es auch schon noch mitgemacht. So. Schön war es auf jeden Fall. Wenn diese Lager ausschalten, kommt die Kokainproduktion in Libertad zum Erliegen. Ja. Good Job. Also ein bisschen, dass da Kingslayer Datei ist, das geht auch. Wir könnten Informationen sein. Ja, ich weiß. Aber die Versteckung war jetzt nicht so gigantisch. Also, gut vorerst, aber... Wie kam ich da? Ja. Warte, dass da einfach die Soldaten wieder gespawnt sind. War ein bisschen... ...frag. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. Äh, da. Ja. Der Akkukohle. Äh, ein Diagramm, das die Umwandlung von Coca-Blättern in Kokain und die Bedeutung der chemischen Grundstoffe beschreibt. Vermutlich von einem Studenten des von Santa Blanca gesponsorten Chemie-Institut von Labla. Ja. Ja. Oh, sehr schön. Eine sehr wichtige Datei. Wo geht's hier raus? Da geht's hier raus. Und... Plopp. Und, äh, dann... Der hiesige Raffinerie-Chef versorgt das Kartell mit Grundstoffen. Überzeugen Sie ihn, dass die Zusammenarbeit mit Santa Blanca schlecht fürs Geschäft ist. Ach, wenn wir mit der, das können wir jetzt so kurz machen. Vor allem, weil unser Hubschrauber ja jetzt kaputt ist. Aus Versehen. Okay, also, ganz ehrlich, ähm, als ich mit, äh, White Lens angefangen hab, da hätte ich wirklich nie gedacht, dass das so ein langes Spiel ist. Ich meine, ähm, wir sind jetzt bei... Ja, schon, äh, schon 100 und, glaub ich. Ähm, muss ich mal nochmal nachschauen. Auf jeden Fall haben wir schon ordentlich viel Zeit reingesteckt. Und, ähm, wir sind noch nicht mal ansatzweise fertig. Also, wir haben, okay, wir haben jetzt, glaub ich, ungefähr die Hälfte. Eigentlich, ja, wir haben eigentlich die Hälfte. Wir brauchen noch den da. Aber hier haben wir den schon. Und dann brauchen wir die da, um erst an, als Rando zu kommen. Junge, Junge, Junge. Das hätte ich echt nicht gedacht. Ja. Das war ja gerade, äh, erfolgreich. Ähm, so. Das habe ich ja, ähm, schon bei den anderen Let's Plays, ähm, erzählt. Ähm, also bei Rome for the War oder bei Borderlands. Also Borderlands ist ja gerade eh auf, ähm, auf Eis. Da spiele ich gerade nicht weiter. Ähm, weil ich hab ja jetzt mit den Streamen, äh, angefangen. Und, äh, da fehlt mir natürlich auch sehr viel Zeit für die Let's Plays zu machen. Und, äh, deswegen könnte es sehr gut sein, dass wir, äh, Whitelands auch mal, äh, pausieren werden. Je nachdem, wie es mit den Twitch-Channeln dann weitergeht. Also, was für Spiele wir spielen. Ob wir mal größere Spiele spielen, wie, äh, Assassin's Creed oder, äh, spätestens. Bei Cyberpunk, das werde ich auch, ähm, streamen. Ähm, ja. Da werde ich dann Abstriche machen müssen, auf jeden Fall. Aber Cyberpunk wird dann auch, äh, auf dem YouTube-Channel hochkommen. Ah, geh nicht weg. Geh weg, Ringos. Ich sagte bereits, die Antwort ist nein. Die Dinge ändern sich. Santa Blanca wollte ihre Anlagen schützen. Haben sie nicht. Der Deal ist geplatzt. Wenn ich das Kartell nicht beliefere, bin ich tot. Und wenn sie weiter Grundstoffe für Santa Blanca importieren, dann jage ich jede einzelne VIP-Anlage in die Luft. Sie haben die Wahl. Das ist doch scheiße. Wissen Sie, Sie sind nicht besser als das Puto-Kartell. Es geht nicht um mich, sondern darum, dass Sie das Richtige tun. Das Richtige? Dass ich nicht lache. Ich habe wohl keine wirkliche Wahl, äh? Aber wenn das Kartell Sicario schickt, geht das auf Ihre Kappe. Damit kann ich leben. Hm. Hm. Ja, es geht auf meine Kappe. Ist auf jeden Fall. Ähm. Die Frage ist nur, ähm. Ja, können wir ihn schützen? Werden wir ihn schützen? Weil, ihr habt schon recht, das ist richtig kacke. Also, ähm. Ähm. Ich hätte an seiner Stelle sogar, also wenn ich in seiner Position wäre, hätte ich wahrscheinlich sogar, äh, gesagt, so ja, ähm, ähm, äh, dass er weiterhin, ähm, produziert. Und dann, ähm, ähm, macht ja das Ghost-Team alles kaputt. Und dann hat er ja keine, ähm, ähm, dann hat er ja keine andere Wahl, sag ich mal, als, äh, zu sagen so, ja, ich, ich kann nicht weiter produzieren. Und, ähm, ähm, äh, ähm, äh, 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 ähm, äh, 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 Diese Wortwahl hier, also wirklich, das ist doch allerhand. Dann werden wir mal kurz über die Brücke gehen, weil da gibt es nämlich ein Magazin für uns, ich glaube wir nehmen ein Auto, ja, kommt rein, cool, Ligo, so, ähm, ui, was war das denn? Ja, natürlich! Das ist doch scheiße! Ja, wohin denn? So was ist mehr als nur ein bisschen nervig. Ja, der nächste kommt jetzt. Ja, ich bin sauer. Was denkst du dir dabei? Come on! Ist mir noch egal. Ja, und die sehen ich jetzt? Ja. 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 Also manchmal ist das Spiel echt, äh, bisschen, bisschen blöd. Ich sag mal so. Es ist Nacht und wir sind in einem friedlichen, zivilen Auto. Ich meine, am Tag, okay. Die waren ziemlich nah, die hätten das sehen können, aber in der Nacht noch nicht. Was ist denn los? Naja, okay. Die Jagd, deine Mutter ist die Jagd. Ne, sorry. Ähm, gut. Einschüchter. Geht. Ninguna Segnal del enemigo in su ultima posicion conocida. Comenzando una nueva búsqueda. Setze Drohne ein. Es sind zehn Ziele. Feind gesichtet. Feind markiert. Markiere einen Hauptmann. Hm. Hm. Hm hm hm. Unidad Heli, unten bleiben. El report indica que no hay signos del enemigo. Los contactos se retiraron. Todas las unidades mantengan información de búsqueda. Pedimos contacto con el enemigo. Salgan del servicio. El leutein versucht zu fliehen. Quedate quieto. Die sehen uns. Dann tötert sie mal. Meine Freunde finden dich unnütz. Ich? Ich glaube, wir können ein Exempel statuieren. Die Leute sehen hin, wenn ein Penner wie du an seinen eigenen Gedärmen aufgehängt wurde. Das ist gar nicht nötig. Ich mach, was immer du willst. Ich will, dass du deinen Hermanus sagst, was hier passiert ist. Sag tschüss zu deinem Ruf, harter Mann. Kataris Leute werden sich darüber noch lange kaputt lachen. Wir haben eine mögliche Position des hiesigen Butchons. Durchsuchen sie das Haus und identifizieren sie das Haus. Ich weiß schon. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir das nächste Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und schaut mal bei meinem Twitch-Kanal vorbei. Ich streame jeden Montag und Donnerstag. Und ja, ab Freiburg. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.